Im TypoClub kann man eine eigene Schrift gestalten oder ein Projekt machen, das mit Typografie zusammenhängt. Die Dozenten vom TypoClub organisieren auch Lectures, wo es Gestalterinnen und Gestalter, die aktuell sind, einladen und zu diesen Events können wir auch als Studierenden Plakate gestalten. Ein weiteres Gebiet ist Bilder generieren. Wir befassen uns damit, wie man vorhandenes Material in eine Form bringt und mit der Frage, wie man zu eigenen Bildern kommt. Zeichnen, fotografieren, Drucktechniken, malen, sammeln, kodieren. Ein Teil ist auch die Narration oder wie man Inhalte über eine gewisse Zeitspanne vermittelt, anhand von Publikationen, Animationen oder auch in Form von Text. Was ist verstanden? Also, anhand von Insert, wo ich die Narration vom Typo Dr. Vielen Dank an Sie bei der Gestaltzase in einem Bild auf dem Bilden. Wie es denn das ausambixieren muss? Wie es denn das ausambixiert wird, ich hoffe, dass ich da in einem Bild von möchte, es denn das aus dem Bilde, schlicht und die Richie an zu sagen? Wie es denn das ausmixiert ist?